3, 2, 1... Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu CLP und wir haben noch jemanden dabei. Hallo. Das ist der Velo.de, aber den dürftet ihr schon kennen. Ja, lol, ich hab ja auch ein cooles Tell gefunden. Nur für Personal. Geil, jell. Kann sein, dass ich das Paus schon mal gesehen habe, ne? Loll. Jetzt komm ich hier nicht raus. Geht hier eine Treppe nach oben irgendwo, also keine Ahnung. Wie komm ich hier raus? Weiß ich nicht. Verdammt. Also die Häuser sind mit in Ausstattung mehrmals die gleiche Etage. Ja, das ist doof. Ja, leider. Na, das kann man nichts machen. So, die Blattliche Ausgaben. Wie ist der Ausgang? Keine Ahnung. So, mal gucken, wo ich hier rauskomme. Kann ich nicht sein. Also auf jeden Fall, falls ihr die weiteren Folgen von CLP gucken wollt, dann müsst ihr einfach auf meinen Kanal vorbeischauen. Ja, da werden die nächsten Folgen hochgeladen. Aua. Aua. Ich war gerade auf der Suche nach Ackerfläche. Jetzt weiß ich, wo ich da rauskomme und gehe ich wieder zurück. So, geh hoch, geh hoch. Also ich schaue mir gerade ein bisschen die Community an. Die Community. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast Community mit dir gesagt. Und, lol, ich kann hier einen Apfel pflücken. Kopf von M.H.F. Aple. Lol. Ah, hier. Mein Haus. Trautes Heim. Glück allein. Als wäre dieser Baum nur zwei Baumstämme groß. Gau mal, was tust du uns da? Ich habe einen Apfel gefunden. Geil, Oma, Tico. Fünf. Und hier ist ein Melonenkopf. Ah, das reicht gerade so. Nicht mal eine Spitzhacke oder sowas. So, jetzt mache ich mir ein Crafting Table für unterwegs. Ich mache mir erst mal eine Truhe und tue die da hin. Brauchst du einen Apfel? Nein, im Moment nicht. Ich habe genug. So, ich habe mir eine Spitzhacke gecraftet, wie du bestimmt unswer kennen kannst. Ja, habe ich. Gesamt, was du das... Ich komme hoch. Ja, ich gehe jetzt mal. Wie spät ist es? Ach, keine Ahnung. Ne, ich frage deswegen hinlegen, weißt du? Was hinlegen? Na, ins Bett hier gehen. Heia, heia. Weißt du? Ach, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, ich bin gerade aus meinem Hotel raus. Das ist dein Hotel? Das ist da. Da gehe ich rein. Ja, nüscht mitnehmen, ne? Ich merke das sofort. Ne, ich gucke es mir nur an. Ich hoffe es für dich. Ja, ja. Und dein Leben. Schwer, spawn, leicht. Das ist nicht mein Hotel. Dieses Haus gehört kein Freak. Das ist mein Hotel. Na, bin ich da drin? Warte mal, ich gehe schnell nach oben. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Also, dann hast du wohl jetzt eine Hotelkarte. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so ein Hotel oder sowas mache. Warst du da? Da war ich ja noch gar nicht. Das ist mir vorhin nicht. Geil. Geil. Was denn? Geil. Wir haben einen Ofen. Hallo? Einen Ofen? Jump'n'Run leicht. Ich bin runtergefallen nach einem Block. Na egal. Ich muss das Jump'n'Run sowieso nicht. Ne, ich auch nicht. Dadurch, dass wir Keep Inventory haben, ich bin nach Null Blocks runtergefallen. Ja, ich kann nicht mehr... Ach, ich habe ja nur noch anderthalb Keulen. Da kann man ja nicht mehr sprinten. Ich habe wieder volle Keulen. Ich glaube, da ist mal wieder ein MNG-Move nötig. Kommen, hd.net-Archiv. Ah! Alter, gibt's hier... Achso, ich bin ja OP. Dann kann ich auch Slashkill machen. Nein, kann ich nicht. Ich hole mir... Soll ich dich killen? Ja. Slashkill wieder in YouTube. Danke. Willeschön. Es war zuversichtlich. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich gekillt hast. Ey, das musst du öfters mal sagen. Was ist denn hier? Nur ein Raum. Nicht weiter. Nicht denn als Bruch, ich war mal was bei dir zu... Looks like a dungeon, also ja, okay. So, ich baue jetzt mal hier einen ordentlichen Aufgang. Ich mach das Rote weg. Darf ich den Baum abholzen? Mach doch, was du willst. Ist ja nicht mehr welchen Baum. Den oben, den du gepflanzt hast, aus den Setzlingen. Nein. Da brauche ich auch noch welche. Oben? Ja, gern. So, ich war hier grad... Du sagst, wenn die Aufnahme vorbei ist, okay? Ja, ja. Ich mach grad hier unten ist ein Drop'n'Run weg. Ja, beseitig ihn. Ja, ich mach dafür Leitern hin. Mach, was du dir tust, was du dir nicht lassen kannst. Nur ein Jump'n'Run bleibt. Tu dir keinen Zwang an. Nee, nee, mach ich schon nicht. Alter, jetzt bräuchten wir Weinmeiner. Nö. Wir bräuchten richtig so gut mal Weinmeiner. Nicht um Müll. Und wir brauchen Setzlinge. So, was kann ich denn hier klauen? Oh, Rosa. Der offizielle EM-Trikot-Shop. Ich habe es immer oben ab und pflanze neu nach. Von mir aus? EM-Trikot für 70 Euro. So. Man weiß ja nie, was man noch brauchen kann. Deswegen lass ich alles im Inventory. Ah, ich hab'n Setzlinge gut. Aufgang zum Eiferturm. Ich geh' meine interaktive Werkbank, geh'n auf den Eiferturm. Wird ein toller Ausflug für uns beide. Bist du auch so eine interaktive Werkbank. Eine Werkbank bitte, hör, für mitnehmen oder hier benutzen? Von mir benutzen. Ich hol mir jetzt erstmal einen Ofen. Hochofen. Wie die unschwer erkennen kann, so hab' ich mir grad eine Spitze gecraftet. Lol, hier ist ein Zombie. Lol, hier ist einfach ein Zombie und ein Skirt hinter so einer Barriere. Lol. Nein. Doch. Oh. Super. Lol, hier gibt's so einen Burger und Kuchenköpfe und so alles Mögliche. Okay. Das ist gut. Ich such' Steine. Ich hab' Moven. Pepsi-Köpfe. Der ist viel wichtiger für mich. Vielleicht baue ich den Boden ab, um daraus Holz zu gewinnen. Nein, ich hab' nicht gekriegt. Wo ist der hin? Hallo, es leckt grad übelst. Über mir nicht. Hat grad übelst geleckt. Ich hörte gerade einen Zombie. No. Okay, aber ich würde sagen, dann kannst du ja die Folge langsam mal beenden. Okay, dann mach' ich das mal gleich. Ich bring' auch erstmal diesen Twitter-Hat mit. Okay. Für dich. Schenke ich dir. Okay. Ich komme, ich komme. Ich bin grad eh weg, also kann ich in der nächsten Folge machen. Ja, okay. Äh, warte kurz. Ich muss jetzt mal zu meinem Hotel. Man kann mit einer Holzspitzhacke nur Stein abbauen, ne? Und keine Eisenblöcke. Nur Kohle. Und Kohle, ja. Aber das kannst du ja in der nächsten Folge machen. Hm, hm, hm. Ach, dann wohl reiche, genau. Hier. So. Ich übe mich immer in der Einfahrt, du. Das... Bist du noch in meinem Hotel? Nein, ich bin schon lange nicht mehr in meinem Hotel. Ich bin im Eiffelturm. Wo? Ganz oben. Okay. Deswegen sag ich ja, dass du dir vor... Ich setz erstmal meinen Vogel hier hinten an der Wand. Da drunter so ein Eisengitterteil. So. Oh. Nein! Er wird dir nicht. Du warst auf dem Weg nach oben. Zum Eiffelturm. Also komm. Okay, das war's dann von der Folge. Ja. Ich würde sagen, das reicht auch. Gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Du darfst dich gerne auch bedanken. Danke. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017